So, dann schauen wir uns mal die Effektfilter hier an, die wir hier in Shotcut, die uns da zur Verfügung stehen. Ich mache jetzt einfach mal folgendes. Ich mache hier das Vorschaufenster etwas kleiner, dass wir hier in der Timeline mehr Platz haben. Und dann sage ich, Wiegespur hinzufügen. Ich kopiere die untere Videospur und sage oben, Video einfügen. Dann kann ich das auch an die gleiche Stelle setzen. So, ich mache jetzt mal folgendes. Ich mache jetzt ein paar Schnitte in diese Videospuren rein. Und zwischendrin lösche ich bestimmte Teile. So, jetzt habe ich praktisch zwei Videospuren, die der unteren identisch ist. Was ich noch machen muss, ist, dass ich von der Videospur her den Ton entsprechend ausblende oder stumm schalte, damit hier nicht zwei Tonspuren gleichzeitig laufen und es einen komischen Soundeffekt gibt. So, jetzt kann ich hier auf diesen Teil, wenn der aktiv ist, dann muss ich auch mit der Maus draufgeklickt haben, einen sogenannten Effektfilter einstellen. Ich habe hier Filter. Und wenn ich einen Filter entsprechend haben möchte, klicke ich hier auf Plus. Ich kann auch genau sagen, was für ein Filter, Audio, Video, Favoriten. Ich gehe mal auf Video Filter. So, und dann kann ich zum Beispiel mal sagen, wo haben wir es denn, Sepia-Ton. Ja, dann schaut es so aus wie ein alter Film. Da zum alten Film passt natürlich noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Kratzer oder alter Projektor. Dann schaut das Ganze so aus. Lassen wir es mal ablaufen. Also schaut aus wie ein alter Film. Jetzt ist da noch ein harter Übergang drin. Das ist auch ein sogenannter Filter. Also wenn ich nicht möchte, dass das hier Zack, ins nächste Bild übergeht. Dann gibt es hier auch noch mal einen entsprechenden Filter. Wie gesagt, dieser Teil muss entsprechend noch markiert sein. Und dann kann ich praktisch dieses Video praktisch einfaden und ausfaden lassen. Ich gehe mal auf Plus Video und hier unten Video einblenden haben wir dann drin und Video ausblenden. Und dann können wir es uns gleich mal anschauen, wie das dann wirkt. Der Übergang ist jetzt viel weicher als vorher und auch hier hinten haben wir dann auch einen sehr viel weicheren Übergang. Ich kann hier sogar noch die Laufzeit dieses Übergangs einstellen. Also wenn mir diese eine Sekunde zu kurz ist, kann ich die natürlich noch entsprechend erhöhen oder halt minimieren. Dann geht der Übergang schneller. So, was gibt es noch so für Filter? Da gibt es ja ganz nette Sachen. Was schauen wir denn noch mal? Ah, genau. Farben invertieren ist ganz nett. Dann schaut das Ganze eben so aus. ...entweder zu pausieren oder dann die Aufzeichnung zu stoppen. Dann geht Powerpoint wieder auf. Genau, also hier sind die Farben inventiert worden. Und ja, entsprechend drehen sich die Farben um und gibt halt diesen hübschen Effekt. Ja, wenn man im Video Textteile haben möchte, dann macht man folgendes. Ich brauche wieder eine Unterteilung, wann denn dieser Text erscheinen soll. Da brauche ich einen entsprechenden Schnitt. Und dann muss ich wissen, wie lang soll der Text eingeblendet sein. Dann kann ich hier entsprechend hergehen, sage, okay, so lange soll der Text sichtbar sein, mache ich wieder einen Schnitt. Und dann kann ich wieder diesen Bereich markieren und dann mit Filter, Filter hinzufügen, Halt, da sind wir, Filter hinzufügen, Video. Und hier unten kommt dann irgendwann Text. So, und standardmäßig steht hier Timecode drin. Sieht man jetzt leider nicht, weil der Hintergrund hier weiß ist. Und hier steht ein Text. Wenn ich das hier entsprechend reinschreibe, dann kann ich natürlich noch hergehen und ich mache das hier mal größer. Größer geht es nicht. Okay, aber ich kann hier Schriftart, ich mache es mal grün. Ach so, ich bin am Ende, da sehe ich es natürlich nicht. Ja, also hier habe ich Schriftart, grün, Kontur, ganz leicht zu sehen. Und hier unten stellt man dann entsprechend den Text ein. Ich kann hier dann unten auch noch sagen, wo ist das Ganze, wo soll der ganze Text stehen. So rechts in der Mitte, Mitte unten. Oder ich gehe da selber drauf, hier, und kann entsprechend dieses Textfenster verschieben. Ich kann es aber auch kleiner ziehen. Und mit dem Punkt in der Mitte hier kann ich diesen Textrahmen dann noch entsprechend verschieben. Ja, und der Text ist nur soweit sichtbar, wie es in diesem Bereich, wie der gerade abgespielt wird. Und hier hinten, da verschwindet dieser Text dann wieder. Okay. Okay. Vielen Dank.